Hinter dem Begriff Hopi-Kerzen verbirgt sich eine sehr alte Tradition der amerikanischen Ureinwohner. Sie geht auf Jahrtausende altes Wissen zurück, aus dem verschiedene Naturheilmittel für alle möglichen Probleme bekannt sind. Ein Beispiel sind die Hopi-Kerzen zur Reinigung der Ohren. Diese Ohren-Kerzen zeigen, dass diese Heilmittel auch heutzutage teilweise besser funktionieren als viele moderne Behandlungen. In diesem Artikel erfährst du, wie Hopi-Kerzen zur Reinigung der Ohren und zur Stärkung des Gehörs eingesetzt werden können. Und das auf eine ganz sanfte und natürliche Weise. Bei Hopi-Kerzen handelt es sich trotz ihres Namens nicht wirklich um Kerzen. Es sind zylindrische Schläuche mit Bienenwachs und natürlichem Gewebe, die man ähnlich wie Räucherstäbchen an einem Ende anzünden kann. Das andere Ende befindet sich im Ohr, damit durch die Wärme das Ohrenschmalz aufgeweicht und entfernt werden kann. Dieses eigenartige und wirkungsvolle Vorgehen basiert auf einer Tradition der amerikanischen Hopi-Ureinwohner. Auch wenn es heutzutage von vielen Therapeuten als aurikulare Wärmetherapie bezeichnet wird. In der Kultur der Hopi hatte diese auch einen symbolischen und spirituellen Wert. Seit einigen Jahrzehnten benutzen viele Therapeuten Hopi-Kerzen zur Reinigung der Ohren. Das Ohr wird so auf natürliche Weise gereinigt und gestärkt. Außerdem lassen sich so die Aggressivität sowie die Nebenwirkungen anderer Behandlungen vermeiden. kleiner als 7120678 besser unterstrich Sizes unterstrich Desktop unterstrich Generic unterstrich Box unterstrich Mittel unterstrich Abbinde Strich größer als Google Tag. CMD Push Function Google Tag. Define Slot 7120678 besser unterstrich Sizes unterstrich Desktop unterstrich Generic unterstrich Box unterstrich Mittel unterstrich Abbinde Strich Setargeting Red, Setargeting Red, Setargeting Section 1, Setargeting URL, Hopi-Kerzen zur Reinigung der Ohren, Setargeting Topic, Remedies, Setargeting, Mafil-Type, Get-MRFP, Set-Clip-Sempty Div, True, True, Ad-Service Google Tag, Pubatz Google Tag, Enabled Services Google Tag, Display, DIV, DIV, GPT, AD15033917431112-0, kleiner als 7120678 besser unterstrich Sizes unterstrich Desktop unterstrich Generic unterstrich 1x1309469076129 bissargeten 1 5 1 3 0 9 4 6 9 0 7 6 7 minus 0. Z-Targeting Red. False. Z-Targeting Section. 1. Z-Targeting URL. Hopi Kerzen zur Reinigung der Ohren. Z-Targeting Topic. Remedies. Z-Targeting Mafil Type. Get MRFP. Z-Clip Sympathy Div True. True. Ad Service Google Tag. Pubatz Google Tag. Pubatz. Gelabs Empty Divs Google Tag. Enabled Services Google Tag. Display DIVGPT AD 1 5 1 3 0 9 4 6 9 0 7 6 7 minus 0. Wenn wir die nötige Sorgfalt an den Tag legen. Besteht der große Vorteil außerdem darin, dass wir dieses Verfahren ganz einfach zu haben. Im Folgenden werden wir noch genauer darauf eingehen, wie man Hopi Kerzen zur Reinigung der Ohren einsetzen kann. Sieh dir auch diesen Artikel an. Ohren schmalz entfernen. 6 Naturmittel. Wozu dienen sie? Bei Hopi Kerzen handelt es sich trotz ihres Namens nicht wirklich um Kerzen. Es sind zylindrische Schläuche mit Bienenwachs und natürlichem Gewebe, die man ähnlich wie Räucherstäbchen an einem Ende anzünden kann. Das andere Ende befindet sich im Ohr, damit durch die Wärme das Ohrenschmalz aufgeweicht und entfernt werden kann. Dieses eigenartige und wirkungsvolle Vorgehen basiert auf einer Tradition der amerikanischen Hopi-Ureinwohner. Auch wenn es heutzutage von vielen Therapeuten als aurikulare Wärmetherapie bezeichnet wird. In der Kultur der Hopi hatte diese auch einen symbolischen und spirituellen Wert. Seit einigen Jahrzehnten benutzen viele Therapeuten Hopi Kerzen zur Reinigung der Ohren. Das Ohr wird so auf natürliche Weise gereinigt und gestärkt. Außerdem lassen sich so die Aggressivität sowie die Nebenwirkungen anderer Behandlungen vermeiden. Wenn wir die nötige Sorgfalt an den Tag legen, besteht der große Vorteil außerdem darin, dass wir dieses Verfahren ganz einfach zu Hause durchführen können. Im Folgenden werden wir noch genauer darauf eingehen, wie man Hopi Kerzen zur Reinigung der Ohren einsetzen kann. Sollte das nicht der Fall sein, machen wir sie mit einem Glas Wasser aus. Das vorbereitet in unserer Nähe steht. Was besonders überraschend an diesen Kerzen ist, ist dass wir sie am Ende öffnen können, um zu sehen, wie viel Ohrenschmalz aus unserem Ohr gekommen ist. Hopi Kerzen sind oft in Apotheken erhältlich, die auch andere natürliche Produkte verkaufen. Man kann sie aber auch teilweise zu günstigeren Preisen über das Internet bestellen. Wir müssen unbedingt auf die Qualität der Kerzen achten. Vor allem, wenn sie zu einem niedrigen Preis angeboten werden. Sie müssen zu 100% aus natürlichen Inhaltsstoffen bestehen. Die Basis ist reines Bienenwachs. Darüber hinaus wird unbehandeltes Baumwoll- oder Leinenmaterial verwendet. Manchmal enthalten sie auch eine natürliche Essenz. Du willst mehr erfahren. Lies 7 Hausmittel Um Ohrenschmalz natürlich zu entfernen es ist sehr wichtig, dass die Hopi Kerzen zur Reinigung der Ohren genauso angewendet werden, wie in diesem Artikel beschrieben. In folgenden Fällen würden wir davon abraten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017